Overdrive Moth Game Ja, ich hoffe das erste Level hat euch gefallen. Ihr werdet die Levels hier alle mehrmals sehen. Boah, das sieht schwer aus. Ja, auf jeden Fall. Crystal Snail Crystal Alien Oh, man hat da schon wieder was mit... Geil. Mit Geschwindigkeit? Alter, was? Ach, der kann... Sliden, der Roboter. Oh, end. Komm ich aus dem Mist geburten Ding raus? Hallo! Oh! Ja, natürlich rutscht dieser Block runter! Musste immer sterben. Ich zeig dir gleich mal, wer noch sterben muss, ey. Mann, warum fängt das schon so verrotzt an? Ist ja voll widerwärtig. Leder Moth gibt mir jetzt ein Leben. Ja, die Oh-oh! Ja, die Oh-oh! Ja, die Oh-oh! Die Oh-oh! Wo? Ach, die Nische! Naja, ich... Die Nische! Aber ich hab's dafür... Ich hab's für mich. Alle anderen sagen, ich geh in Deckung! Nein! Ich suche Venetian! Oh, ja, halt die Fresse, Mann! Ja... Alter, ist das hier ein Jiminy-Man oder was? Das ist ein Hurenlevel, ich hatte's... Nee, du ein Arschwurl! Ich kann ja nur mit Tresse kacken. Ja, aber nur mit Tresse zum Eisbos. Das sieht schlecht aus. Ja, dieser tolle Tricks von... Ja, schade. Toll gemacht. Dein Arsch hat's Toll gemacht, Junge. Scheiße. Super, da muss ich jetzt hin natürlich auch noch das Glück haben, dass das als beschissener Supersprung auf jeden Fall klappt. Wahrscheinlich immer noch das Glück, da den Zwischenbos habe da sowas. Das wünsche ich mir auch ab und zu mal. Ja, wie lange dauert denn der jetzt hier? Hässlige Missgeburt. Ja, da hatte ich ein kurzes Gastspiel. Ja. Weil Kai meinte, den kann man wohl jetzt machen. Ja. Ja, dafür kannst du mir jetzt auch wieder einen aussuchen. Ja. Oh, ich nehme einen... Ich nehme einen... Ich nehme einen... Ich nehme einen... Ach! Die Kamelfrisse! Oh, wer ist da? Flames Deck! Aha! Ah! 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 Flames Deck! Sieht mir aus wie ein Bobau-Oxinus-Kanguru. Oh! Ja, das ist ja auch. Wohin hast du noch gesagt, das ist Kamel? Mann, das war Spaß! Achso! Du siehst aus wie ein Kamel. Du siehst aus wie ein Kamel. Okay. Haha! Das ist schlechter Konter, ne? Ja, ein bisschen. Oh! Herrgott, noch eins! Oh, hi! Du siehst aus wie ein Kamel. Und wie? Du siehst aus wie ein Kamel. Oh! Doch nicht. Ich will. Hahaha! Was hakt das Kasse, ey? Soll ich jetzt mal den Damen anziehen? Hahaha! Soll ich jetzt mal den Damen anziehen? Oh! Oh! Hahaha! Alter! Ich glaub ich zutzen fährt aber mal volle Kalle in den Arsch! Hh! 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 Wir gehen rüber! if Ich lande auf Rohren. Ich hau mal gegenüber gleich eins in die Fresse. Ich kann komisch leuchten. Ich spring jetzt mal hier runter. Ja, da hat sie ja mal genug. So wie bei... Oh Gott, wo war das? Bei Monty Python treten sie näher. Ich hab absolut nichts zu verkaufen. Wir haben das wahrscheinlich startiert. Ha! So, dann mach mal. Das hat mir gar nicht recht. Ja, siehst du? War voll gut, oder? Eigentlich schon der Ansatz war gut, aber dann kam das... Dann kam das Ende. Ja. Let's fail. Legament. Ach, du musst den Leuten ein Foto online stellen. Das reicht schon. Da war ein Herz. Ja, warte, die Zeit hab ich grad noch über. Boah. Wir haben ein bisschen Mühe hier. Alter. Zum Glück hab ich heute meine 8cm Plakette. Ja, ansonsten ist er noch nicht aufs Sofa gekommen. Ja, wen soll ich machen? Das kann ich nicht. Das ist den Leuten ein Foto online stellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.